Willkommen zur zweiten Runde, weil wir müssen ja jetzt eine zweite machen, weil... Weil ihr so asozial seid. Das ist der Grund. Weil kein Glied da war. Und es war ja auch sehr, sehr fies von uns. Muss man ja zugeben. Weil ihr Arschlöcher seid. Assig. Oder Werner? Ja. Kein Kommentar. Werner, was machen wir? Wer ist jetzt wegrennen? Jetzt was sonst? Wer hat keinen Bock mehr. Werner ist auf der Fall? Nein, doch nicht. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh, warte, komm mal schnell. Ohne Sohn. Werner, hörst du mich? Ja, bist du über den Berg gelaufen? Ja, ich bin oben drauf. Komm mit, komm mit. Rennen einfach hinterher. Okay, erstmal ein paar Schweine. Komm mit nach Deutschland. Weiter, es hat mega hart vorgelegt. Warte, kannst du bitte nichts. So, hier, mach, 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 mach Ding. Okay, komm. Lass das erstmal weg. Du bist ja. Hey, ich warte mal bei uns. Na, okay. Da müssen wir nicht mehr weg. So, guck dich mal um, ob jemand ist. Ist hier einer? Willst du auch nicht? Ne. Ja. Wobei, ich hab nur... Ich, ich, ich hab... Ich hab schon, okay. Das war schon... Ich hole mir noch ein paar Tiere. Oh Gott, Alter. Ich hab grad richtig die. Hast du eine Spitzhacke gemacht? Die ist richtig schnell weg. Die ist richtig schnell weg. Morten? Ja. Boah, Hauptsache, der reagiert nicht mehr. Scheiße, der Mikrofon ist im Arsch. Morten holt ein Mikrofon raus. Alter, es leckt hardcore. Ja. Ist bei mir auch. Werner. Komm mal gleich. Wo ist Werner hin? Nach unten. Ja, dann hol doch mal ein Mikrofon aus dem Arsch. Ist Werner auch der Spawn? Ich bin hinten in der Ecke. Ich hab nur über Stein geholt. Warum hat er sich... Nein. Tragen wir doch nicht hinterher. Nein, nein, der will... Keine Ahnung, wieso, aber... Lauf mal gleich runter. Oh, ich bin gemuted. Ey, mein Mikrofon wurde automatisch gemuted. Ich hab keine Ahnung. Werner, hier ist die Bergbahn. Ja, komm. Mein Mikrofon wurde automatisch gemuted. Ich hab keine Ahnung, warum. Komm mal hier runter, komm mal hier runter. Komm mal hier mit. Warte, warte, warte. Hier sind richtig viele Kühe. Ja, warte, hier. Komm her. Hier, Stein schwert. So. Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Okay, jetzt kämen. Okay, hier. Ich sicher... Ich guck mal in der Gegend rum und plötchen. Ja, sammle Tiere ein, falls du welche siehst, aber renn nicht zu weit weg. Sammle sie ein. Ja, killen halt. Fleisch. Komm, ich komm nach oben, ne? Äh, bringt Schafe eigentlich heutzutage jetzt Essen? Nein. Heutzutage nicht. Heutzutage nicht. Heutzutage nicht. Warte? Cool. Ja, echt nicht. Hier, guck mal. Hä? Hier ist sowas Schönes. Sag, wir können gleich unter Tage, wenn es sein muss. Äh, essen? Ja, wie gesagt, Essen brauchen wir nur noch. Ja, okay, wir haben genug Essen, oder? Ja, relativ. Erstmal. Also, ich hab... Leckt das Server zu für dich? Ich hab Schweine gefunden, ich hab Schweine gefunden. Ja, also geht schon. Weil ich kann keinen Baum abbauen gerade. Rest geht, komischerweise. Nur kein Baum. Ich hab hier ein paar Tiere gefunden. Soll ich runterkommen? Ja, okay. Killen, einfach killen. Ja, ich... Ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab schon... Warte, wo bist du lange laufen? Pass auf, lass dich lieber. Ja, ich komm gleich zurück. Bleib einfach an der gleichen Stelle. Hey, Leute, da war gar... Ja, ich kann nicht die ganze Zeit hier bleiben. Bist du blöd, oder so? Wo bist du gelaufen? Links, rechts? Ich hab hier... Ja, ich seh dich schon. Okay, nein, umgekehrt. Hier bin ich. Ja, ich bin schon voll falsch gelaufen. Ja, renn nicht vor. Ich kann nicht laufen. Warte, bleib stecken. Ihr habt wohl massive Hungerbewegen. Nein, nein, nicht essen. Bist du behindert, alles. Bis gebraten werden. Ja, so... Ja, bist du gelaufen? Ja, komm. Nein. Nein, als ob. Bin ich dumm? Weißt du, wie gerade das ist? Also... Hier ist ne Hülle, hier ist ne Hülle, hier ist ne Hülle. Kann... Hä, hast du Steinschwert von mir nicht bekommen? Doch, hab ich. Aber ich hab grad das... Hier... Weißt du was abbauen möchtest? Ich hab... Ich hab 5. Danke. Du machst Kohle, ich jetzt äh... Stein. Ja, mach. Dann ha... Dann bauen wir gleich erstmal den Oven. Wie viel Fleisch hast du? Äh... Ich hab noch... Ich hab vier äh... Schweine und ein Hühnchen. Das könnte reichen. Und du hast die auch mit Brust. Ja, ja, deswegen könnte reichen. Hey, hinter dir! Ja, kill den einfach. Nicht so like Sea Battle. Okay, Karotte haben wir jetzt auch eine. Gut. Bringen wir's heute. Die ess ich direkt. Dankeschön. Hey, hey, hey! Gib mal, wer war's? Nee, komm, wir müssen weiter runter. Wir können nicht die so weit... Ja, aber... Ist mir egal, Junge. Wir gehen jetzt erstmal... Etwas... Hier ist Eisen. Ja, okay. Ähm... Brauch ich noch ab, warte. Ich geh mal ein bisschen weiter nach vorne. Mhm. So, hier ist noch Kohle. Okay, hier hinten endet die, Junge. Hast du Sticks? Ja, drei. Dann sammeln wir mal die Kohle an, die da liegt und mal fackeln. Nee, ich mach... Ich geb dir noch ein bisschen was. Falls du brauchst. Da. Hier, die... Okay. Ja, platzieren sollst du sie. Damit hier nix spawnt. Die gehen jetzt hier gleich noch tiefer runter. Okay, warte. Okay, warte. Alter, das ist der Wort. Okay, ne, ich leckere. Wir gehen jetzt bis auf die Höhe. Äh, du brauchst da. Okay. Ja. Und, äh, du platzierst Facken inzwischen durch, ne? Ja. Wunderbar. Brauchst du noch irgendwas? Hast du noch keinen Brustpanzer? Mhm. Ich brauch mir das aus. Ähm... Warte, ich hab ne Höhle gefunden. Warte, ich mach sie kurz ein. Hast du Fleisch gebraten? Ja. Ja, warte, warte, warte. Ich leck mal schon mal in die Höhe rein, okay? Ja, vorsichtig. Aber wenn du mir stirbst, dann reiß ich dir die Eier ab. Dankeschön. Ich, äh... Ich, äh, stell mal ein paar Facken hin. Ja, mach mal. Oh. Hey, hey, hier ist ich. Hey, Lava nur. Danke, so. Ich hab's mal. Ja, jetzt war's mir. Nein. Bitte nicht, wenn Du sagst, dass das nicht wahr ist. Du sagst, dass das nicht wahr ist. Oh, es geht. Hallo? ich finde es auch schlimm was mit was so von den nachrichten ja passiert das drum rum also dass das tragische da sind wir uns alle einig das ist schlimm zwei hier sind zwei hier sind zwei ich brauche hilfe aber ich kann dir nicht helfen ja okay ich bin tot warte ich mach mir auch mal fackeln ja du musst das allein machen ich bin tot hallo ja ich bin tot oh creeper warte vorsicht oh mein gott okay nein du bist gestorben ja ja du bist ja gar nicht stehen geblieben okay nein abbaue ich ja allein guck mal wir sind nur 33 blöcke vom border entfernt müssen weg hier ja alles weg ich weiß nicht in der border ist der stand da gerade der border verkleinert sich jetzt es kann sein dass wir zirka tot sind beide aber wir haben bewahrt der echte florat überlebt ja ja wo ist der border welche richtung hatte ich denn was essen und dieser guter pvp okay der scheiße ist der border ist jetzt am sporn ja du musst es denn sehen der läuft jetzt gerade direkt in die mitte der ist in diesem fall da siehst du den ja der kennt jetzt das spinne ich gucke mal ob wir den border finden ja das ist natürlich die scheiße unterirdisch ist ja okay du musst es ich bin von der hexe angegriffen wir kommen in meine richtung wir sind auf dem richtigen weg wir sind wir ja im border ja du bist ja warte ja okay ich mache allein ich stelle mich schon mal auf ein junger morden alter noch mord nach drei herzen ja ich glaube ich kann man noch nicht sterben nein kann man nicht ein ein herz ich habe es ich habe es wie lag du hast ja ich kann man nicht guck mal ob bei mir und bei mir ist bitte okay vorsichtig ist nein 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 bau dich nicht bau dich nicht nein nein bau dich nicht tu nicht wir landen eher an der selbe stelle pass mal auf hier ist laura ich sei ihr seid nur noch zu dritten hier ist laura ja du musst mich aber beschützen was kann man das sein wo was soll ich denn den beschützen bitte wie soll ich das denn anstellen kann ich fliegen oder was glaubst du ich hab flyhack ja ich steh hinter alter ich werde die vom border gekillt oder so noch weiter moment mal das eine eisen können wir auch noch verarbeiten ich hab ne idee warte nimm was ist was ist oh god oh 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 wie viele 5 ähm so warte äh fuck lass mal gucken dass wir noch ein Vorherzeuge für uns machen ähm schwert ja du kannst ja jetzt schlecht irgendwie obsidian oder so holen ich guck mal ob ich hier auf links rauskriege blind jetzt ist ausgeglichen wird das sein jetzt gehen wir nach oben warte ich muss eben mein Inventar richtig kriegen ok ja mach schnell beeil dich ok wie viel cobblestone hast du abbauen 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 wie viel was wie viel cobblestone du hast ich hab 10 10 ich ja dann nimm das deck hier ok und äh wir bauen uns jetzt hoch und graben uns dann parallel hoch du kommst direkt neben mir kopf er müsste also lava hörst ähm pass auf sagen wir mal so dann einfach nichts machen mein gott hast du jetzt richtig richtig knapp ich könnte jetzt verhalten aber es wird jetzt gerade dunkel ja lol warum brauche ich mich nach unten Ich weiß, dass du Dias hast Ja, okay, dann kämpfe ich mit Eisen, ach, mit Dias, Spitzhack Ähm, Sneak, Sneak Einfach weiter sneaken und Kannst du uns am Spawn? Ja, ich bin am Spawn Okay, hier brauchst du nicht mehr sneaken Wir gucken jetzt einfach, ob wir den Spawn finden Hier sind wir gewesen Hä? Hier ist der Baum, den wir abgebaut haben Der Spawn ist dahin Ja, dann geh Soll ich, soll ich die Kordi sagen? Ne, ne, ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen Okay, okay Oh Gott, ey, ey, pass auf, pass auf, pass auf Hinter dir! Hä? Hinter mir! Was ist das für ein Spaß? Geh zuerst auf Werner, geh zuerst auf Werner Geh auf Werner, geh auf Werner Meine Maus hat nicht reagiert Ich hab ihn gechanzt Ja! Ich hab noch Half-Life hab ich noch Ich hab mehr als Half-Life Ja, okay, okay, ähm Hier Morten, brenne Oh Mann, neu, ihr seid Pussis Einfach so neu, ey Oh Mann, okay, Beschaffung Welche? Tja, das müssen wir eigentlich zu weit ausmachen Musst du auch mit zustimmen Ähm, ja Und ich wär, ja, das müssen beide machen, das ist das Problem, ne? Oder Morten, du sagst einfach für Justin und ich für Flo Was hältst du davon? Dissern-Möglichkeit Ja Also ich wär dafür, Flo, dass du deine Thumbnails die nächsten zwei Wochen mit Gimp, äh, ne, mit Gimp, ne, was denk ich denn, das war viel zu gut Ähm, mit Paint malst Na, ich wär davor, dass Fricky, bis Justin, ähm, also 50 Milliliter mit Zitronensaft trinkt Jo, Exen Was? Oh! Du musst, du, nicht auf Exen, sondern im Mund behalten musst du es für 5 Sekunden Oh, Joga Zwei Wochen lang mit Paint Ich freu mich Und dein Video mal auch anders Und du musst zwei Wochen lang Videos hochladen Doch, nein Nicht das, ob, ja Okay, sagen wir's einfach Oder die nächsten 14 Videos Genau, ich wollt grad sagen, die nächsten 14 Videos 50 Milliliter Oh Mann Also heißt dieses Video Alter, ich hab letztens erst so ein Kommentar bekommen Ey, du machst deine Thumbnails für gut Nee, die Thumbnails wären noch besser Ich stell mir einfach vor, wie du so ein Skin malst oder so Mit Paint Ich mach einfach so behinderte, äh, keine Ahnung Strichmännchen Kannst du auch machen Nein, Justin, du filmst dann, ob du da dein Zitronenglas Okay Dann muss ich erstmal nachher was kaufen Okay, dann schickst du einfach das Video Material uns zu oder so Genau, dann spenden wir das ein Dann, äh, war's das mit dieser Folge Ehrenbattle? Ihr werdet meine schönen Thumbnails demnächst sehen können Also das wollte ich schon lange rausfahren, da freu ich mich Werner, klatsch ein, wir haben's geschafft Okay, High Five Alter, ihr könnt mir auch mal sehen, wie hart es einfach geleckt hat Ja, könnt ihr bei meiner Aufnahme auch sehen, wie hart es geleckt hat Dann hat meine Maus noch hart geleckt Okay Dann Ich hab... Bin ich ja der Einzige, der keine Lecks hatte Ja Ja Kabel Passivland, Alter Aber egal Ich hab die Erfüllung, ich hab ihn wieder mal gekillt, wie? Gerade eben vorher Das wird so... Ich werd mir so eine... Oh, ich hab die perfekte Idee Er ist jetzt richtig rachsüchtig, weil ich schon... Wenn du mich jetzt mal verkackst, Junge Alter, du wirst so leiden Ich weiß es jetzt schon, weil ich bisher jede Folge gewonnen hab Ich werd richtig leiden, wenn ich verliere Uralter, du Ich sag... Ganz einfach, ich war als Gast dabei Dann musste ich mir... Als Gast halt... Richtig krasse Strafe für den anderen Gast machen Mit Paint, das war nur voll nett Ganz einfach Ey, ihr habt voll die netten Strafen eigentlich So einen auf Gay machen Äh... Thumbnails mit Paint Das ist nur voll nett Meine Strafe ist total nett Ich lass dich wenigstens körperlich leiden, weißt du? Äh, meinst du so hautlich körperlich? Pischbar Dann war's dann mit der Folge Ehrenbattle Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen Schaut bei Werner... Äh... Morten Also TruckinMe Und... Justin... Das ist der Kanal Nein... Schaut bei Instagram vorbei Bei ihm Jaja... Schaut bei ihm vorbei Ich muss gleich auch... Ne... Mein Instagram bitte nicht Hey nein, dein YouTube Dein YouTube kann da hin Ich hab dein Instagram schon gesehen, Morten Ja... Meinst du... Meinst du mir das jetzt genauso schlimm, Alter? Bis dann... Bis jetzt mal... Zumindest hab ich mehr... Zumindest hab ich mehr Follower als Werner Ja, juckt mich nicht Ich hab mehr Abonnenten als du Was willst du jetzt? Ja, ähm... Ich hab jetzt diese Zitronenscheiße hier... Warte... Ich hab auch genau 50... Warte... Ich hab mehr als 50 Milliliter genommen... Ja... Sieht man's... Ein bisschen mehr... Als wir das mal getrunken... Also... Warte... Ähm... Ich muss das... Ähm... Fünf... Sekunden im Mund behalten und dann... Trinken... Also runterflucken und dann... Okay, warte... Los geht's... Aua... Lecker! Kann ich... Okay, kann ich nur weiterempfehlen... Zieht auf jeden Fall richtig, ne? Zieht auf jeden Fall richtig, ne? Warte... Warte... Okay... Was war's, ne? Und ja... Ähm... Ashnabu da... Und... Like... Und... Ciao... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott, einer ist da so richtig scheiße... Oh Gott, einer ist da so richtig scheiße...